Schauen Sie die Schlange, ein Eingang, die besten Spielzeuge. Voilà, große Magazin, Renommé de Juez-Schwarz, le plus renommé Magazin de Juez-Schwarz. Und, meine Damen und Herren, das Zentrum der Stadt, schauen Sie bitte. Die Wohnungen verschwinden, Sie sehen Wolkenkratzer, alte, modernen, Büros, Hotels, die Piatons und Touristen sich sehr, sehr sehr, viel Fussbinger und Touristen schulen. Wir schauen alle nach rechts, alle Leute, ihr schauten auf den Schönen, die schönste Auslagen von Jürke, das beste Kabbald in Amerika, das aller größte Magazin in Amerika, Bergdorf Gutmann. ... ... ... ... ... ... ... Das Zentrum der Stadt, das Zentrum der Lager. Nirgendwo erlaubt man hier Néon-Belleuchten. Ganz verboten, die Néon réclame überall im Zentrum. Auf allen Staten, auf alle Avene. Ganz verboten. Es ist interdits, die Néon-Belleuchten, partout, sind komplett interdits, in alle Räume, in alle Boulevard. Interdiction des Néon-Belleuchten. Voilà. Wir sind in der Zone des Achts de Lux. Wir sehen hier das luxueuse Einkaufsviertel von der 5. Avenue. Luxueuse Hotels, Boutique, Modehäuser, das Hotel de Lux, Boutique, Maison de Mode. Wir sehen die Büros in der ganzen Europäischen Union. Auf den Nebenstraßen sind die Zentren und Zentren von Bürohäusern. Wempre, die Bärs, Bucci, Fortunoff, Fendi. Rechts, die Anglicanische Kirche, die Eglise Anglicane, und die Eglise des Museum MoMA. Dahinter finden Sie das MoMA-Museum. Schauen Sie nach rechts bitte. MoMA. Voilà, à droite. Le MoMA. MoMA. Rolex, Peragamo, Cartier, Versace, Armani. ist wütend. Armani ist fürier. Die Gönüber hat Ha-Emeröfne. Vis-a-vis ein H&M. Le Magasin für die Pövren. Das Kampflödie Armen hier ist. Das MoMA-Museum ist der größte und moderne Kunstmuseum der Welt. Die Adresse ist 3. und 40. Straße. Die Adresse ist 53. Runde. Das MoMA-Museum ist der größten und moderne Kunstmuseum der Welt. Das ist nicht ein Museum von den Union von den Könsten, sondern der moderne Kunstmuseum. Ab 1900. Les arts modernes commencent aus 1909. Es sind keine謝謝 und ältere Unteromsten. Dafläts fürier. Da ist die Katedrale St. Patrik. Die Írische-Catholie-Katholische. L'Irlande-Katholische Katedrale. Da ist die Kategorale, hier ist es das Center Rockefeller. Die sind der Kategorale. Der Kategorale von der Katedralen. Und hier rechts kommt gleich der Tannenbaum. Voilà, Largo de Noël adroit. Ogerde adroit, Lentamente, Senior. Schauen Sie nach rechts, bitteschön. Tannenbaum, Largo de Noël. Links das Luxus-Kauf auf Sachs, der große Magazin de Lux Sachs. Sie sparen Strom in diesem Jahr mit dem Bad Tannenbaum. Die Beleuchtung ist sehr schwach. Abends sind sie ein bisschen mehr. La Lille est verte hier. Le Fond des Epermets avec l'illumination de l'arbre de Noël. Ils ont diminué les lumières. C'est un effortement. Seulement le sort, on peut voir les lumières. A gauche, in dem Magazin des Poupées, schauen Sie nach links das Puppen-Kaufhaus. Vier Etagen von Puppen. Es gibt ein bisschen Strom für die kleinen Mädchen. Es gibt eine Puppen-Klinik. Sie können die alten Puppen renovieren, reparieren. Es gibt einen Schneider für die Puppen. Es gibt einen Friseur-Laden für die Puppen mit 20 kleinen Stühlen. Und die Friseur kostet 20 Dollar. Es gibt einen Spanien. Es gibt drei Stühlen. Es gibt einen Schatz. Es gibt einen Bistro für die Mädchen. Es gibt auch eine Klinik für die Puppen, die verpahend die alten Puppen. Es gibt einen Stylisten, der verändert die Minerjubbe für die Puppen. Es gibt einen Schatz für die Puppen. Der Schatz für die Puppen-Kaufhaus. Der Schatz für die Puppen-Kaufhaus. Und für die Puppen-Kaufhaus kostet 20 Dollar. Der ist hier, auf der Seite.